ARD Text im Auftrag von Funk Ja, es ist sicher super schön, dass man da jetzt nicht nur das 18 drauf sieht, sondern auch das 19. Und das bedeutet uns natürlich sehr viel, dass wir jetzt auch im zweiten Jahr nacheinander Meister sein wollen. Ja, es fällt auf, das ist gut, man hat Freude, wenn man es sieht. Natürlich auch WI-B-Fans drin sind, wenn man es sieht. Und es ist natürlich cool, dass man da auf der Linie fährt, wo es zum Stadion geht, wie man es manchmal auch im Stadion sieht. Und ja, es ist cool. Ja, ich finde es einfach lässig, muss ich sagen. Ich finde es schön, dass ich auch an die Stadt, irgendwo mal weibst, es lebt eben, es ist eher sinnig. Ja, super, ich bin froh für I-B, dass der zweite Mal hintereinander Meister ist, nach einer langen Zeit, nach 32 Jahren. Und ich bin froh für den, ja, und der Tram spielt zu hören aus. Ja, ich denke, es ist eine extrem coole Sache, dass es dran noch ein weiteres Jahr durch die Stadt fährt. Sicherlich auch eine schöne Geschichte von Bernmobil. Ein Merci an die Berner Bevölkerung für die Unterstützung in diesem Jahr. Und wir hoffen, dass es noch lange durch Bern wird fahren. Ich komme aus. Jangan lupa, ich liebe es nicht, ich liebe es nicht, ich liebe es nicht, ich liebe es nicht. Ich bin froh für den, ja. Ich bin froh für den, ja. Ich bin froh für den Blatt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017